Hey, wie sollte man sich einen Block holen, wenn man den E.U. in der Tüche hat? Das ist doch voll unruhig. Die haben wir in der Tüche gedacht. Die wollen einen Euro dafür abknöpfen. Die haben wir in der Tüche. Wie fies. Ihr braucht doch Lofa. Gute Scheibe. Es ist mir leid. Die haben wir in der Tüche hoffen. Die haben wir auf dem Weg. Die waren im Alkohol. Die haben wir auf dem Weg. Die haben wir hier. Die haben wir hier her. Was ist denn der Alkohol? Ja, die Leser! Die Kraft! Die Freie! Ja, ja! Und du kannst auch hier noch nicht beschreiben. Ja! Ich würde jetzt brauchen, aber ich habe ja hier die Kupperschaft. Das ist schon mal eine Kupperschaft. Aber Klappi! Tschülide! J-I-L-I-D-E Guter Name! Danke! Ja, das heißt Wilde Schönheit! Ah, toll! Find ich auch! Ach so, kannst du noch hier unterschreiben! Danke! Voll cool! Jelly! Mein Spitzname ist Jilly! Jilly ist mein Spitzname! Jilly und Jelly! Und auf dem Beutel auch! Soll ich da denn noch ein Foto von euch machen, ne? Nein, danke! Soll ich noch ein Foto machen? Ja, dann haben wir jetzt noch ein Foto mal gesehen. Danke! Oh, nein! Soll ich jetzt mir mal ein Foto etwas machen? Bis zum nächsten Mal.